In der Lidl-Bäckerei gibt es manche Schlägerei. Ey, Bro, ich hab mir gerade überlegt. Ich könnte ja eigentlich bei dieser neuen Sendung mitmachen. Von der Heidi Klum, Heidi Klum. Weißt du? Queen of Dreck oder wie das heißt. Weiß ich nicht. Weil ich bin ja ein Transfinanzieller. Ja, Mann. Ich bin ein Transfinanzieller. Ein reicher Typ im Körper einer armen Sau. Tschüss.